Moin zurück hier bei Let's Play Minecraft Lasst uns zusammenspielen Minecraft, ich liebe es So Wolltest du keinen Diskussion anfangen? Er ist auch Schick-Tür Ich hab noch ganz viel Koppel Dann hab ich noch Stone Bones Dann hab ich noch Spider-Eye, dann hab ich noch Steaks Dann hab ich noch Schnitzel Schnitzel Dann hab ich noch Holz Ja, wie noch Ich brauch, ähm Du brauchst Du konntest mir Zäune machen Nee Ich mach mir jetzt mal zwei Schaufeln Zäune zu machen gehört so Ich hab 58 Sticks Ja, ich hab jetzt selber Zäune schon Aber auch gut Jetzt hast du dich trotzdem mal aufgenommen Ja, dann gib mir wenigstens welche Dann hab ich auch noch welche ab Jetzt machst du selber Zäune Ach, kack drauf Es wird Tag, es wird Tag Ich will Tag Oh, es wird schon Tag, das ist schön Die Sticks liegen vorm Crafty-Tabell-Ding Sachen Brauch ich wahrscheinlich nicht Ey, soll ich mein Bett? Nee, mach ich nicht Da wollte ich jetzt eigentlich lang Da muss... Mach da auch nochmal ne kleine Treppe runter Hier muss auch noch ein Ausgang So? Hier Nee, eigentlich reicht ein So ein Ding Ein Nein, nein, nein Ja 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 Gut, ich bin Und ernsthaft Das muss anders Was? Das Da kommt ja noch was oben Hier Der ganze Das Willst du den komplett weg haben? Nein Das muss Nein, nicht weg Da muss noch irgendwas hin Ja, ja Ist schon klar Da kommt noch Das wird noch Quasi Das wird noch quasi Haus Was wird quasi raus Okay, dann gehe ich mal wieder auf irgendwelche Schaf Sonst Da suche Äh, guck mal irgendwie weit das Weizen ist Oder wie lang dauert das? Weißt du, wie lang Weizen dauert? Das dauert zu lange Also, doch nicht Wett ich garantiert nicht Kann ja sein Ach, guck mal, man sieht den Weizen wirklich von mir Sag ich doch Sieht ja cool aus Ich weiß Coole Idee von ihr gewesen Weil die können wir uns jetzt in fast ganzem Haus bewegen Oder dass Zombies blühten Ja, das ist ähm Außer hier so auf meiner Kultetage hier Sie noch keinen richtigen Sinn hat Aber ich habe da eine richtig geile Kugel gesehen Die richtig lecker aus Tief Oh Leder Das Leder soll ich jetzt aufbewahren, ne? Na, das Frau Breckstl Nicht Ja, mal guck. Je nach wie viel ich hab Jetzt rechtstelle es für den Bus-Panzerreich, dann vom Bratis Besser nicht Dann mit der Flur in der Kassi von da was genau genau dann machst du pvp und geb slash cm gmc also das war schon leicht schlecht das war ups und so wollte ich das nicht haben Kuhlück grrr ist ja ohne ohne Kohle er ist ja ja ich bin auch sehr kompetent Versuch Stein mit Axt abzubauen das habe ich aber eben auch schon versucht unter ist meine Höhle unter mir ist eine Höhle Mensch hast du Töne gehört? wie ist da um Kohle? ich hab doch nicht verkauft aber leider ist gegen Nicole gekommen das ist ganz schön viel Kohle das ist ganz schön viel Kohle okay nein die Spitze reicht natürlich nicht naja so klar naja ich hab auch den Verschmott sehen Kohle gesammelt und da sind auch noch so um die 5 4,3 genau so vielleicht auch mehr oder geht genau plus minus Kohle dann geht das schwer für Plus ja ja noch schon wieder Kohle ich kann jetzt weil viel Abbau und kein Spitze dann komm hier hin ach so du bist halt auch Farm ne ich muss halt ich sonst Kohle singen m 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 r m r m st er nicht mehr denn da verstehe ich mich die stilte mich bin bei von sohn und 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 das ist man sagt sie wurden in der Garnik des Amtes das hat das hat das hat das hat das der 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 Prozent die die das 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 hat aber nicht Prozent nicht was das muss erspannt sein aber oder das ist echt jetzt schon schlecht sind die viele war die ich das war das ist aber was meine ich dachte dann bei dir alles ab Kaktus ich konnte euch auch Kaktus mit in der Macht Markkaktus Kaktus Prozent Prozent also 8 Prozent es ist er jetzt hat er aber gemerkt hat er erhebt das ist noch nicht ab schulden er ich hab ich wollte Bescheid das war die Dinge zu holen außer Dinge da er war es noch nicht die Dinge dauerlichen aber ich meine immer sofort sind was man dass die Mutter da ist jetzt mal da auch nach und ist da er weiß was da steht das steht da direkt vorne Ja, was denn? Ja, das steht da, das siehst du. Tja, ich sehe es. Ja, guten. Rudet, was denn? Ja, das war ich genial. Mehl. Ach, da, Mehl. Sag das doch gleich. Ja, ich bin nicht eigen. Ja, ja, ja. Gut, ich habe schon 364er Stacks. Ja, wo mache ich die Schaufel noch? Ich habe immer noch eine Schaufel. Da ist es gut, aber es war. Soll ich auch? Ach nee, ich habe keine Spitzacke. Sandstein auch ist eh nicht. Sandstein kann aus Sand. Weißt du was, ich mache mir jetzt einfach Crafting Table und mache mir jetzt eine Spitzacke. Aber, äh, Sand, dann mach dir die mal Schaufeln und mach Sand. Weil, Entschuldigung, aus Sand kannst du ja auch hier Dinge jetzt machen. Ach so, na ja. Aber trotzdem, für Kohle und sowas. Sand für Kohle? Nein, weil ich bin ja an so viel Kohle vorbeigekommen, dann kann ich einfach abformen. Oh, na ja, ja. Das habe ich dir auch gestellt. Ich denke, ja, logisch, ne? Ich sehe auch wohl. Und irgendwo was raus. Ja, manchmal wäre das echt nicht schlecht, wenn man mal kurz zu dir rüberschalten könnte. Das wäre ich ganz praktisch. Oh, die ist ja schon sowieso fast short. Nein. Jo, vielleicht sollten wir parallel das nächste Mal aufnehmen. Ich dachte, dann kack dein Teil ab. Oh, das ist ein Skelett. Cool. Aber das sieht mich gar nicht. Ja, okay, dann kack das nicht. Obwohl, mit Fraps habe ich das noch nicht ausprobiert. Obwohl, das sieht mich nicht. Das ist ein Simland, doch. Mit so kommentem Billig-Free-Programm. Jetzt haben wir Fraps gekauft. Und hoffe, das funktioniert. Und zum Beispiel muss ich es halt auch im FES-PC ausprobieren. Soll ich auch Bambus mitnehmen? Ja, ja. Ja, für Bücher, klar. Ja. Doch, dann muss das Zuckerrohr. Ja, das ist schon wieder so ein Scheiß-Baum mit Verästelung drin. Das mag ich nicht. Das ist immer jetzt nicht das alles. Was ist denn da? Steak. Boah, sieht ja scheiß aus bei dir. Steak ist beef, Junge. Ja, aber... Good to beef, ne? Good to beef! Klar, du bist beef, aber du wirst verlieren. Ne, 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 ne. Okay, hier ist sonst nichts. Da noch nichts zu tun. Können wir vielleicht mal mit einem Multi-Welt-Plug-Innen hier die Team Fortress-Map einkopieren. Ah, ne, brauchen wir nicht. Aber Multi-Welt würde bestimmt mal PC als Verwarten. Ne, das kann nicht sein. Ich meine... Speider-Schwein, Speider-Schwein. Was haben wir? Ein Speider-Schwein. Was ist ein Speider-Schwein? Ein Speider-Schwein. Schwingt es von? Ich hab's gerade gelesen. Du bist inkompetent. Schaaf! Ganz ehrlich, wenn ich drei Blöcke runter springe... Schaaf! Ich hatte jetzt nur noch einen Halb-Zent. Schaaf! Ich würde jetzt gerne nachgucken, ob du mir okay bist. Jetzt würde ich jetzt Befehle eingeben. Nein, das letzte Schweinlein... Läh, äh, äh, Sacka. Sprechen ist schon eine Kunst, muss ich sagen. Gerade Deutsch. Ja, Deutsch ist sowieso eine scheiß Sprache. Ja. Und das Fach, also das Unterrichtsfach auch. Das ist noch beschissener. Analyse bitte, die ist gedischt. Oh Gott, ey, komm, Gravel, ey, komm, geh doch. Was? Ach komm, ey, das ist doch egal. Nein. Oh. Ich mach mal, was? Alles in deinem. Boah, ich glaub, jetzt war es auf meinem PC-Kunz. Ich glaube, jetzt war es auf meinem PC-Kunz. Ich glaub, jetzt war es auf meinem PC-Kunz. Ich glaub, das war mein PC-Kunz. er ist auch aus mag das aus Karsch zu 4 und werden geschenkt hälfte ist wirklich keine E.P. nein ich bin der E.P. was ich möchte nicht okay ich möchte vielleicht daran dass ich ist ich habe sich ganz sicher und schon gehört jetzt kommt sehr große Kohle aber sehr groß was immer so ist wenn du in tieferen eben Kohle abbaust stößt meistens ist das auch neu oder ist das schon länger das sind echt auch so dass hinter Kohle manchmal Diamanten und wegen Kohle zusammendrücken mach ich auch immer per Hand das wird cool wenn das in Minecraft funktioniert du packst irgendwie so neun Kohle zusammen und hast dann Diamanten und dann hätte man ein bisschen wie er man sollte man auf jeden Fall wenig Kohle also mir fehlt immer Kohle Kohle ist immer nur flüssig ich gucke mal so auf die Map ich sag so ne Map, guck mal zu mir rüber was ich sag denn gerade aus ich hab keine Ahnung wo sich das eigentlich hin gehst obwohl da muss ich eigentlich hin gehen nein, das ist cooles Geld wenn nicht dann ich darf nicht wieder gucken auf Scheiße war sag mal, dass Gott Teppel sein soll ich sag's überhaupt ne Karte war ich äh, raise Minimap installiert ja dann die installiertes ist auch so was wie Racken was halt? das ist auch so was wie Hecken Cheating die Minimap Cheating 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 ich weiß nicht wo das Haus ist die Minimap sowas von Cheating 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 die ist erstens zwei Schafe Junge, ich hab dein Bett zusammen und zweitens OptiFine Du hast endlich ein Bett stell dir vor alter jetzt sind hier grad richtig viele ne du, ne und wie die Schafe getötet werden Schnauze ich mach jetzt noch einen Halt alle der Timer geht und jetzt muss Ende sein ihr seht der Kollege ist ein wenig sucht und äh ja so, jetzt bin ich auch fertig dann bis dann tschüss